Uhu präsentiert Uhu Max Repair, der universelle Klebstoff für alle Reparaturarbeiten, ob innen oder außen. Extrem stark, extrem flexibel, extrem wasserfest und sogar spülmaschinenfest und fugenfüllend. Basierend auf der Uhu Polymer-Technologie, Klebstoffe der nächsten Generation. Die Polymer-Technologie garantiert eine starke und sichere Lösung für die Klebefälle des täglichen Lebens. Polymer-Moleküle reagieren beim Auftrag mit Luftfeuchtigkeit und binden dadurch extrem stark an den Werkstoff. Lösemittelfrei, geruchsfrei, isozyanatfrei. Uhu Max Repair, Maxi-Aufgabe, Mega-Ergebnis. Für Reparaturen im Innen- und Außenbereich. Für alle Materialien, ob porös wie Holz oder Stein oder nicht poröse Materialien wie Kunststoff oder Metall. Uhu Max Repair bleibt beständig, flexibel und versprödet nicht, selbst bei höchster Dehnbeanspruchung und Erschütterung. Ein extrem starker Klebstoff, der sicheren Halt garantiert. Klebstoff einseitig auf der sauberen Oberfläche auftragen, fest andrücken, aushärten lassen. Ideal für den Außenbereich, UV-beständig und wasserfest. Die transparente Formel garantiert optische Perfektion. Saubere Kanten, transparentes Ergebnis, spülmaschinenfest. Uhu Max Repair widersteht Temperaturen von minus 40 bis zu plus 120 Grad Celsius. Kleine Spalten und Risse lassen sich überbrücken. Ideal bei unsauberen Bruchkanten und überstreichbar. Uhu Max Repair. Ein Allround-Kleber. Stark, flexibel, wasserfest und fugenfüllend. Uhu Max Repair. Maxi-Aufgabe, Mega-Ergebnis. Im Falle eines Falles. Uhu.